Oh, ich mag diesen Grafikstil echt total gerne. Oh, der ist so schön, der ist so schön. Ich bin mal gespannt, was mit Fanny ist. Die haben wir ja nun in der Episode davor gerettet, statt den Jugendlichen, mal gucken. Ob sie sonst gestorben wäre, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Aber sie ist die Mutti von Alex, die können wir nicht sterben lassen. Klar, Geld. Ein paar Wochen jetzt, aber es fühlt sich länger als das. Du? Sind Sie Angst? Immer. Das ist das Gleiche für mich. Was du jetzt jetzt tun sollst, ist resten. Wenn du kannst. Du fühlst besser. Ich würde mich nicht erholen. Aber ich kann nichts weitermachen. Oh, wartet, ich bin rausgetappt, versehentlich aus dem Spiel. Oh, ich habe noch die Kreditkarte, die ich im Klo gefunden habe. Muss man beim nächsten Bankautomaten mal anhalten. Okay, ich kann gerade nur schlafen. Boah, Energie voll. Mega gut. Ja. Ja, okay. Wollen wir raus oder noch ein bisschen fahren? Ich würde sagen, wir steigen aus. Weil dann erleben wir vielleicht noch ein bisschen mehr, wie wenn wir jetzt durchweg mit dem Bus fahren würden. Weißt du, was ich meine? Ja, wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine? Guck mal, wir sind schon ein ganzes Stück jetzt gefahren mit dem Bus. Wir sind gut vorangekommen hier. Wir sind gut vorangekommen. Okay. Kein Trampen. Okay. Könnt ihr euch das vorstellen, an einer Straße lang zu laufen? Von irgendeinem Ort zu einem anderen und dann per Anhalter zu fahren? Ich kann mir das irgendwie so überhaupt nicht vorstellen. So gar nicht, gar nicht. Was denn hier passiert? Okay. Okay, da war nix mehr drin. Ey, ich hab nix gehört. Entschuldigung. Was auch immer ihr vorhabt, keine Ahnung, was ihr hier tut. Ah, da ist Sonja wieder. Oh, nein. Nein. Ich habe eine Frage. Okay. Oh, das ist doch der Vater von Zoe. Oh, das ist doch der Vater. 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 Aber ich denke nicht. Oh, das ist doch der Vater. 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 Tyrak is a liar! Teens are being imprisoned every day! Tyrak is a fascist dictator! Vote for Flores! And save our country! Stop him! Now! Run! I'm here, Sonya. Kill me! Oh no, we definitely don't do stories like that! Oh! Well, it's about time to drive off in my limo. Like all good journalists do when they finish a story. Okay. Look, to sum it up, you sucked with the intro. But I had faith. I was once a poor dirty teen myself. But then you completely effed up filming the minister. And that almost got Sonya fired. Bad teen! Bad! Guess what I'm trying to say is... Hope I'll never see you again! Adam! Lance, roll! No! 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 No YouTube! We can catch you! Yeah! No! Taxifahrer ist. Oh, wir können ja auch zu Hause mal anrufen. Hallo? Werner da. Lass uns noch mal mit dem Taxi. Damit wir auch mal Taxi gefahren sind. Okay. Dann, wir sind ja eben schon gelaufen, würde ich sagen. Wir trampen noch mal und gucken, ob wir irgendwie weiterkommen. Okay, trampen geht auch nicht. Kein Trampen, kein Taxi, kein Bus. Na, dann bleibt nur laufen. Aber keine andere Wahl. Ich habe nur noch neun Kilometer zur Grenze? What? Okay. Ich bin einfach jetzt die ganze Strecke gelaufen. Alles klar. Das ging jetzt aber schnell, oder? Also... Okay, ist die Polizei. Da ist die Polizei. Hier ist jetzt offen. Ich würde sagen, wir müssen hier hoch. Weil hier vorne... Das ist, glaube ich, auch die Polizei, oder? Ja, da kommen sie sich rüber. Okay. Das ist alles. Das ist nichts illegal. Ich sehe. Okay. Ich meine, immer noch die Kreditkarte, halt. Oh, wir hätten halt erst mal Geld abheben sollen. Verdammt mich. Wir werden jetzt nicht nach meinem Automaten vorbeikommen. Schade. Hätte man auch ein bisschen Kohle rausholen können. Let's walking. Wartet mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay. So, Sekunde. Ah. Seilrolle nehmen. Und Seilrutsche. Juhu. Wieso haben wir geschrien wie ein Mann? Wir sind aber noch ein Mädchen. Ein Glück ist hier Wasser. Und ein Glück können wir schwimmen. Das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Lied. Es ist komisch. Wenn ich jetzt hier die Kassette reinmache, ist das voll leise. Wartet mal. Musik ist auf 60. Okay. Ich höre trotzdem nichts. Okay. 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 So, ihr wisst, was das heißt. Wir nähern uns dem Ende. Das haben wir noch nicht gesprüht. Ja, süß. Äh, hab ich nochmal noch einen Stein drauf. Also, vielleicht sind wir auch gar kein Mädchen. Aber er hat uns ja eben, also Alex hat uns ja eben auch Homegirl genannt. Okay, wir schlafen auf jeden Fall einmal. Wir werden auch ein bisschen Energie tanken. Ich finde das echt cool gemacht mit dieser Energieleiste. Dass du sagen kannst, okay, ich tanke Energie. Oder, ähm, du verbrauchst dann so und so viel Striche deiner Energie, wenn du jetzt das und das tust. Das finde ich ganz cool gelöst. Da liegt schon wieder ein Burger. Der lag vorhin auch nicht da. Also, der lag, wo wir schlafen gegangen sind, nicht da. Wo kommt der her? Egal. Okay, das haben wir ja schon. Ich habe selber halt nicht viel. Wir legen 20 Dollar hin. Unsere Energie ist ja fast voll. Vielleicht bereue ich es auch, aber schauen wir mal. Auf geht's. Mal gucken, wie wir diesmal flüchten. Also, wir haben jetzt den Truck und den Auslands-Gedönsee. Mal gucken. Mal gucken, was der Typ uns an dem Verkaufsstand jetzt rät. Diese Tunnel, glaube ich, gab es noch, wo man fliehen konnte. Die haben wir nicht gemacht. Okay. Sorry. Da. Okay. Okay. Wenn ich jetzt essen... Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen kann für 10 Dollar. Ich würde es jetzt... Jetzt haben wir hier die Bilder vom Unglück. Wie alles einstürzt. Ich überlege gerade, ob wir jetzt lieber die Tunnel versuchen sollten. Obwohl ich gern nochmal über den Gipfel gehen würde. Das war halt echt krass, der Weg. Was mache ich jetzt? Gipfel oder versuchen wir die Tunnel mal? Ich habe Angst. Wir gehen über den Gipfel. Wenn er sagt, versuch deinen Weg und dein Glück über den Gipfel, dann... Versuchen wir es über den Gipfel. Okay. Ich habe jetzt das untere genommen, weil ich habe jetzt keinen Bock, vier Energie abgezogen zu kriegen. Wir haben immer noch die Kreditkarte. Vielleicht kann ich damit ja in meinem neuen Land, wenn wir es schaffen sollten... Vielleicht kann ich da ja dann Geld abheben für... Alter. Ah. Das hat mir eine Energie abgezogen. Ich hätte vielleicht doch noch den Riegel essen sollen, also kaufen sollen für 10 Dollar. Ich weiß halt nicht, ob ich das mitnehmen kann. Ich jetzt mal ausprobieren soll nicht, Dulli. Da ist der Gipfel. Es sieht schon krass hier oben aus, ne? Oh Gott. Springen. Wenn da bei Springen 100% steht, springen wir. Krass, äh... Ich hoffe, wir schaffen es. Ach du Scheiße. Jetzt ist ja auch noch Kackwetter. So, wir haben ordentliche Sachen an, dass wir jetzt hier nicht raufgehen. Alter, ich habe mich gerade so ein bisschen erschrocken hier, ne? Mit dem Blitz und so. Uh. Ei, ei, ei. Ja, wir stellen uns erst mal unter. Und warten. Oh, wie schön! Wie hübsch das ist. Mit der Sonne und so. Oh. Äh, what the hell? Reste vom Sprengstoff, der möglicherweise beim Bombenanschlag 1986 verwendet wurde. Und der klebt halt immer noch hier, ne? Ah, da unten ist das. Ja klar, wir klettern hier einfach mal so lang. Haben wir Kletterausrüstung dabei, oder? Oh Gott. Oh Gott. Können wir irgendwie schlafen, oder so? Okay, ich glaube, wir schlafen hier. Oh mein fucking Gott. Es ist schon schön, ne? Okay. Ja, wir schlafen. Okay, wir haben wieder... ...zwei Energiepumte dazugewonnen. Da. Das sind wir. Wir sind auf dem Gipfel. Wir sind der König der Welt. Okay. Äh. Ja, wir müssen halt auch wieder runter, ne? Oh Gott. Da musst du halt echt, ne? Für die Scheiße musst du schwindelfrei sein. Ihr könnt das nicht machen. Da... ...versuchen... Muss ich hier runter? Ich hoffe es. Oh Gott. Oh Gott. Gucken wir hier irgendwie... Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Du sprichst jetzt aber nicht von hier oben. Alter. Du bist zu lebensmüde. Liegen Sachen. Wir lassen das liegen. Wenn wir jetzt einfach nur noch hier runter... Ah, guck mal. Hier ist die Grenze gewesen. Krass. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Freiheit. Nichts ist mehr wichtiger. Aber es gibt viele andere in Petra, noch immer noch zu suchen. Ich habe es geschafft. Oh Gott, wir haben es geschafft, cool, ich mag den Weg über den Berg einfach sehr gern.